Hey, Internet und YouTube, wartet kurz. Nach dem erfolgreichen letzten Part. Okay. Now we're talking about some serious problems for you. Adios. Number one. Adios. Schnipp, schnapp, schnipp, ich bin der schnellste Koch im ganzen Land. Dieser blöde Zauberer, passt doch auf. Hat er mich trotzdem erledigt. Ich bin ganz ruhig. Okay, okay, okay. Es ist schon mal nicht so schlecht. No problemo. Wir holen uns die langsam und dann wieder zurück. Okay. Hey. Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Kommt her. Kommt her. Vorsicht. Leise, man. Schneller her, komm. Ach Gottchen. Also geht doch. Oh. Zuerst mach ich. Ich bin zuerst die Zauberer hier. Shut the fuck up, du. Oh Mann, so schnell das Zwiebeln. Können wir vorstellen, was ich für Oblitz mache in meinem Freundin? Herr OP wird nicht geheim. Ich muss, ich muss abhauen. Ich muss aufladen. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht. Bitte, 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 bitte. Au. Tod ist der einzige Weg in eurem Leben. Mama. Wieso gehst du zurück, finde ich? Jesus Christus. Seht ihr denn nicht? Die Vorherrschaft der Älter ist die einzige Wahrheit. Bald werden alle Nordknechte der Talmoor sein. Lasst mich. Kommt schon, wir sehen, was ihr drauf habt. Ja, nix habe ich drauf, anscheinend. Ich werde euch brennen sehen. Das glaube ich nicht. Brennen nicht. Okay, was hatte ich jetzt? Klingelnde Nachtigall. Episch. Nein. Das klingelt. Nein. Okay, okay. Okay, wir haben ein bisschen aufgeladen. All right. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, Explosions. Du, hast du das? Nix, Gnade. Hier wird nicht gegnadet. Okay, okay. Oh, Explosions. 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 Okay, keine Panik. I am the best player in town. Right now, at genau this moment. Hallo, du lebst. Natürlich, wie lebst du? Hast du irgendwas gemacht inzwischen? Ne, oder? Okay, wie viele Zauberer habe ich noch? Wie viele Idioten? Einer, einer geht hier hinten herum und tut so, als wäre nichts passiert. Okay, ich muss nur hinlaufen. Ich muss nur laufen. So? Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Ja! 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 Ah! Yes, I did it! Oh mein Gott! I did it! Gib mir jetzt diesen verdammten... Oh no, nicht da... Oh, Gott. Was? Hat's geklockt? Capital Orders. Ebenheitsrüstung der höchsten Zerstörung. I have... I don't care. Ist das du? Wir haben's geschafft. Aela, wir haben's geschafft. Ja, es hat er nur... Oh mein Gott, okay. Es war natürlich alles Absicht. Jetzt lass mich hier wieder zurück. Das war gar nicht so schwer. Natürlich hab ich mich absichtlich ein bisschen... Weg von hier. Weg von hier. Leichen. Was hast du eigentlich? Nichts. Aber warte, ich hab deinen Kopf geirrt. Wahrscheinlich deshalb. Nee, doch. Okay. Das war gar nicht zu schwer. War gar nicht zu schwer. Okay. Langsam bin ich immer besser vorbereitet. Hey. Das reagiert nicht schlecht. Wohin gehe ich in meinem Ding hier eigentlich? Soll ich noch mit irgendjemandem quatschen? First, ein Pfeil auf den Kopf. Komm her. Ups. Hey. Ich hab's. Ich hab's nicht durchgelesen. Es scheint, dass diese Mission eher gefährlich ist, als wir dachten. Talk to Merwar. Ja, was jetzt? Aufstehen, wie das? Was können wir tun? Es dauert Zeit. Aber es wird nicht mehr in den Kauten sein. Da, da, da. Merwar hat ihn, um dich an deinem Prydrack-Hideout zu informieren. Vielleicht ist er schon erwartet. Ja, ja, ja. Und der Hideout. Oh, ja. Counterspionase. Spionase. Spionase. Ich kann keine S mehr aussprechen, Leute. Also, let's do this. Ich glaube, Johnny hat mich doch noch lieb auf ein paar kleine Fehler hier, oder? Ah, ah. Nein? Ja, bleib schön, bleib schön hinten, Alter. Weißt du was? Du musst mir jetzt was kochen. Komm her. What? Stopp! Nein, nix gehen wir. Ich sag stopp und ich sag gehen wir. Machst du das absichtlich? Ich möchte gerne woanders hinziehen. Koch was für mich. Kann ich. Hier. Ganz frisch. Morgen mache ich die nächste Portion. Ich weiß nicht, ich habe ziemliche Soundprobleme. Selbstgekochte Mahlzeit. Gut. Dann mal los. Aber ich esse es jetzt nicht. Du hast einfach nur so gekocht. Hahaha. Oh, Mann. Hier bin ich ja richtig. Und kann ich nicht mit diesem Schiff davon fliegen. Das wäre schön. Sesam öffne dich. Wie romantisch das wäre. Rayla und Lydia auf einem Luftballonboot. Zwei von... Okay. Wir... Wo... Papp, papp, papp. Hier. Hello. I am back. Wo ist die Party? Ihr seid ja nur die... Wer steht hier? Woa. Mama. Das sieht... Woa. Woa. Mama. Direkt vor meinem Bett. Ein fliegendes Boot. Was will man mehr? Skycat. Hehehehe. Hehehehe. Mehr was dolt mit dem Lockvercooler. Jungle Witchcats. Tch. Bla 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 bla. Ahoy! Diska-chimmer meine Timbers! Ich bin der Dragonborn! Schiebt dir den Käpt'n sonst wohin. Das ist ok. Bla 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 bla, Woa! Das ist dein Baby. Sag doch, bist ein Idiot. Hast du mich angesprochen? Hast du mich angesprochen? Und sein Krippler-Skrippler-Skrippler... Es tut mir leid. Wegen den komischen Soundproblemen skippe ich halt. Sag einmal, du Creep. Das sieht sehr creepy aus. Was für ein Stalker! Heller, vorsichtig! Ghoulan! Endlich jemand hier, der was? Strongbox! Keine Sorgen, du siehst mir die. Sag einmal, Eyla. Du, stopp! Stopp! Du bist ein Ghoulan? Ah, ja. Ghoulan welcomes you to the deck of the waning moon. Your personal airship. Hehehe. Really? You're giving it to me? Ghoulan cannot give to you what is not his. You shouted it down from the sky above. Yes, exactly. It is yours by right of the hunt. Yes! Endlich jemand, der auf meiner Wellenlinie ist. New elsewhere spies strattet ihn north of here. Close to the city of two. Ja, ist mir bewusst. Gib mir das Schiff. Ja, ich... Hä? What can stop us now? Nothing. Ghoulan, aber jetzt die Schiff to the sky above. Äh, above. Alright. Abgeschlossen. Supi. Das ist das schnellste Schiff, das es jemals gegeben hat. Neue Erklärung. Holy Mist. Schreibfeder der Wiederholung. Gib mir das. Das heißt, ich kann alles noch einmal schreiben. Und sie wird nicht leer? who knows exactly nobody. Explosion times! Da lachst du. Und hier unten kämpfen sie. Danke, haben die Miene? Was? Sag mal, bist du bekloppt? Absolut. Ich weiß nicht, was hier unten vorgeht, aber hier oben ist es doch besser, oder? Sag mal, shut up, wir sehen uns im nächsten... Ich muss hier eigentlich runter, oder? Ich muss noch mal quatschen mit ihm, oder? Hallo. Wer da hier? What is going on? Unleash the Warcats. The Thalmor are attacking the Supply Post. Alright, we unleash'em. What? Just hurry and intercept'em. Yes, defeat the Thalmor and talk to the Caretaker. Sie waren schon immer der Caretaker, Mr. Turrence. Alright, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Oh mein Gott. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Tschüss.